so hallo zusammen hier ist das 7up von sepher is alive diesmal nuscheln wir mal nicht die zuerst begrüßt euch auf dem kanal schön dass ihr da seid ich habe reite e mail kriegt bing bing so jemand was unter der video kommentiert das ist jetzt nicht so oft der fall habe ich natürlich gleich gelesen und habe gedenkt 7 da muss was machen also es ging um die wie in das video mit den fünf kernels vorgestellt habe sorry fünf kernels quasi und er wollte dann wissen was sind die unterschiede das erklärst du nicht von den kernels und ich weiß es nicht also machen bitte video oder schreibt ich habe mir überlegt ich mache video und zeichnet ist aber alles noch einander gleich bin ich wieder so also ich wurde ja im video froh dass er unbelle kommentare von einem uralte video da hatte ich fünf kernels vorgestellt und ja dann wurde ich gebete um 7 könntest du mal erklären die einzelnen kernels was das für einen sinn macht oder was das was die kennen ja aber gedenkt okay das mache ich das macht ja wirklich sinn weil gut einige kann ich so selbst auch nicht ich hätte die in meinem jahrgang die vorhanden waren ja und dann zeige ich euch die muss ich habe jetzt nur licht aufgemacht ich hoffe ihr könnt das sehr von der größe her dass ihr sehr kennt dass ihr mich wenn ihr mich seht ja ob ich dann muss als häste jetzt so also in dieser lichter habe ich ein paar köln loder neu gemacht also im endeffekt geht es bei c4 kernels zu meiner damaligen zeit eigentlich nur um er thema schnellere floppy das ist punkt nummer eins verschiedene kernels haben einfach normale fast loader benutzt die haben wirklich alles rausgeholt was ging das heißt man brauchte nur ein kernel im c64 und die haben das dann um die rei gekriegt dass quasi mehr geschwindigkeit auf die fuchs der ende fettig kam oder die fuchs der ende fettig später ja dann gab es aber als systeme wie zum beispiel speedos speedos ist ein parallel kabel betriebssystem bei uns quasi eine parallel verbindung rüber zu 15 41 oder zu 15 42 hergestellt wäre die brauchte eine extra kernel für die floppy also für die 15 14 und immer brauchte können im c64 der vorteil war halt dann dass die f-taste belegt waren mit befehle das wird mal dazu gemacht und man hat noch einen maschinen sprache monitor ganz kleine also mit dem kommen nicht viel aufhören aber man kann schnell was sucht der wurde auch hinzugefügt natürlich halt alle befehle die das system kannte wurden quasi gemacht was hat ein vorteil war damals bei den systemen die haben noch maschinensprache richtig eingesetzt und haben dann also nicht die interne routine benutzt um ein verzeichnis zu laden also wenn ich mit load offenszeichen dollar schlusszeichen komma acht macht und return dann ist er selbstgeschriebenes fort und ja also wird das verzeichnis lädt quasi in der c64 nein und das ist quasi mit einem betriebssystem mit den kernels wo später kam alles behoben weil euer programm ist dann trotzdem noch los wird quasi in anderen bereich geladen so also wie gesagt es gab viele betriebssysteme speedos war so ernst das war eigentlich eines von der schnellste damals zu meiner zeit da gab es noch echt noch keine toll finden das und von schiefen das man gar nicht zu retten das war noch nicht so das war quasi das betriebssystem dass man auch selber basteln konnte wisst ihr mit dem lötkolver paar kabelau löter und die fucht 65 22 und das könne hat man brennen gott man gebrennt beim kumpel ja und können fast das beliebste vom vierer sechster ebenfalls beim kumpel gebrennt das war eigentlich so das kostengünstige weil nötkolver hat man daheim hatte und ja so war das halt so der damalige zeit später ähm ich misste das liege ich weiß es nicht genau 85 ich weiß es nicht genau ich weiß nicht wann dolfindos rauskam da waren wir auf der petronik in dortmund und da gab es dolfindos ja dolfindos war das nollbus ultra dort meiner damaligen zeit ich habe mir dann eine platine gekauft da war dann dolfindos drauf für die 151 fetge und das könne natürlich für die vierer sechster so dann hatten wir das ultimate ultimate betriebssystem können überhaupt man war der king ja es war auch noch erschwinglich und dürfte jetzt liege 200 mark ich weiß nicht also so um die 200 mark rum war erschwinglich so dann hat man das karte und man wer wirklich der king und das ist das einzige was sie haben also das dolfindos ging auch mit parallel kabel zur 151 fetge rüber nur hat es noch einen rennbauste wo es zwischenpuffert dadurch wird natürlich noch eine schnelle rückgeschwindigkeit erreicht und was halt auch toll war man hat da kompatibilität zu speedos 40 strick hat also mit dolfindos und mit speedos spinnestens mit der späteren variante konnte man quasi diskette mit 40 strick anstatt 35 strick formatieren und das war einfach geil was halt nicht so geil war dass wenn beim kumpel warst und der hat das nicht karte oder die programme nicht kopieren können weil haut nur laufwerke bis 5 3 strick hatte kein betriebsdemkarte außer halt natürlich als speedos oder dolfindos karte dann ging es ja da gab es ja mittlerweile also wir haben also ich weiß mit dem jörg kammer damals kopierprogramm umgeschrieben 11 kopierprogramm umgeschrieben und duplikator hammer duplikator 3 was glaube ich haben umgeschrieben verdorfen das da ging dann bis 40 strick ja das war zu meiner damalige zeit so dann gab es natürlich auch so diese zwischen dinge nicht immer bleiben erst mal parallel kam es gab später noch ein pro logic das war aber leider für mich und mein geldbeutel zu teuer hat quasi das dolfindos noch einmal über tölpelt mit geschwindigkeit was halt schlecht war war die kompilität hat drunter gelitten ja aber das war natürlich noch schneller aber ich sage immer man kann es übertreiben wenn ich an die auffangszeit von meinen cv64 denke und die erste 1540 wo ich gerade habe ohne speeder habe ich natürlich auch umgemacht mit einer module mit speeder halt ne und und dann ja also es ist auch gar nicht nur das problem war halt du hast dann halt irgendwann durchgucken gedenkt ich glaube wir machen mal neue zitronen tee weil damals haben als jugendische kaffee getrunken so was man halt macht wir haben quasi uns so beim ja ich sage mal bei den billig märkten haben wir uns das zitronenpulver gekauft in so eine große ja was sind das zwei liter zwei liter kühl da wo die mutter dann kocht die haben wir genommen wasser neu das pulver aufgeriert und haben zitronen tee ja so war das damals ja dann holt mal zeitkarte bis zum nächsten das geht er wechseln wenn ich dann als pieters denke oder an dolfinders durch keine zeit das geht also du bist du abbing bing bing das geht raus das geht rein was natürlich sehr zum vorteil war da kommt mehr raubkopie ja wenn ich hab es halt nur für der eigenbedarf ist klar ja aber das war halt die szene damals ne kumpel kommt und dann wird kopiert was so stu nice was hab ich nice und dann war halt auch gut dass es diese schnellader gab und zwar diese hardware schnellader software schnellader gab es auch einige es gab auch einige könne die nur auf diese schnelladung ab sind aber ich sage immer okay können in ordnung und modifiziert da gab es hybra da gab es exos da gab es was gab es noch bis system amageddon und was weiß der geier noch alles auf die kann ich leider keinen outfluss ich kann sie mal mal brennen kann sie mal auch gucken also ich nehme auch f-taste belegungen und halt schneller da aber schneller wie dolfinders oder speedos waren die nie also wie gesagt die schnellste waren zu meiner damaligen zeit speedos dolfinders und dann kam irgendwann prologic das raus gifitos habe ich gar nicht mehr mitkriegt gifitos finde ich jetzt selber wenn ich es nicht viel passen will ja finde ich jetzt selber sehr sehr praktisch weil gifitos braucht kein parallelkabel es braucht nur rom im c64 und rom in der 1541 und das dreckstviel kriegt es wirklich hier an die geschwindigkeit von speedos rauf zu kommen und das ohne parallelkabel also das ist mega was halt ein bisschen dabei für mich war waren halt dann diese ja diese ich bin der dolfinders gewähnt diese f-taste waren halt nicht so wie sie es mit dolfinders gerade hat also haben wir dann irgendwo ich glaube im forum 4 6 war da einer der hat dann die f-taste vom dolfinders belegung rei gemacht ja und dann war ich glücklich ja also es gab wie gesagt viele betriebs thema was habe ich noch verstanden ich habe mir mal in dem video kommt noch er können vor ich glaube das ist das erste wo ich gezeigt habe da stand ganz normal kommodoren mäßig und nur f-tasten des f-taste kernel und kann jetzt wieder also kann schnell laden das hat quasi nur die funktion kann das war das original betriebssystem auch die turbo t routine heraus die dd routine heraus geschmissen und hat quasi dann die f-taste da mal gemacht ich glaube dass es durchgebaut habe ich weiß aber nicht genau schmiss die jetzt angucken ja will er nicht liegen ich will auch schon da liegen ja also das kann nicht mehr sollte halt nur f-taste ist bequem man braucht nicht so viel tippen ja sehr praktisch ja wenn man also keine geschwindigkeiten umbauen will etc dann ist das halt okay wir haben f-taste man braucht so viel tippen und wenn man damit leben kann mit dem laufwerksschwindigkeit wenn wir haben es früher auch wir haben früher auch lange damit gelebt es war auf jeden fall für uns war es auf jeden fall mal schneller wir da das hätte ja man war dann schon glücklich dass man 15 41 grad hat oh sag es euch das hat hauserrecht gegeben wenn ich mir überlegte erste vierer sicher wo ich gekauft habe also nicht ich sondern die oma war das jo also die mutter die oma hat dann für den buch zu vierer sich gekauft für 1000 mark 1000 mark dass der buch in der schule mitkommt so in der richtung das war eigentlich der grund dass ich den vierer sicher gehabt ja und dann das ging war vielleicht ein halb jahr alt ja da hat man die kumpels getroffen und die seene aufgebaut und dann 64 noch mittags eine resettaste hatte sollte keiner mitkriegt ich hab den vierer sich angepasst geht zum kumpel und tschüss sieht hinaus ich habe einen kumpel und mein vater ist an der rechner drauf und hat gesagt was ist denn das für ein tasch da warte da können wir eine resettaste trinken da brauchen wir einen auszuschalten und jetzt erklären wir deinem vater was ein resettaste ist und dass es nicht so oft sinn macht den euren ausschalten zu betätigen sondern einfach nur den tasch da also hat nicht so arg viel sinn drin gesehen ja aber ich habe noch kein hause gekriegt ja so irgendwann kam dann die 1541 oma hat noch mal spendiert das waren glaube ich 1098 mark damals für die 1541 die war so halb jahr alt dann war sie ab am kumpel hat dann ein paar mehr schalter gerade damals hat es dann ein mikroswitch eingebaut kriegt über eine brücke oben dass quasi wenn die wenn die diskette und der schalter aufgemacht wird als dieses klappding da also nicht den knebel sondern dieses klappmechanismus ist der oberhalb ein mikroswitch und hat den ganzen puffer geleert hin also so geschichte haben wir eingebaut und lämpe und natürlich auch resettaste ist klar 8 9 umschaltung auf jeden fall kam das ding hoch gemotzt daheim wieder an es hat mich keiner gesehen wie ich reingekommen bin aber der vater am nächsten tag der hat den schlag getroffen wie die 1541 aussieht man muss auch eltern verstehen heute verstehe ich mich ja selber aber man muss ja eltern verstehen man hat die 1098 mark ausgegeben und dann wird er darum gebastelt und wenn was kaputt geht sind 1998 mark fort so mutterdenke vaterdenke ja egal es war dann umgebaut das gab aber hauserrecht ich weiß nicht ob zwei drei woche auf jeden fall war ich muss rechner weg ja aber die schalter waren drin ja so ja und heid heid sagt die mutter ich bin ab gewesen dass ich die das unterbunden habe wenn sie sieht was heid aus der woche ist war alles doch richtig dass ich danach fange abzulöten und ecs auslöten und kram also ja ja das ist so die storys ja was soll ich euch noch mehr zu können sagen mehr gibt es eigentlich nicht zu sagen ich kann es euch jetzt demonstrieren aber ich müsste jetzt hierhin alles umbauen weil ich habe jetzt hier kein rechner wo alle können drauf sind und die fünfe wo man dazu in einem video gezeigt habe und das ist eigentlich geht ich verlinke es euch oder offen das heute eigentlich nur fünf systeme glaube ich karte das war glaube ich original zu dem f-taste kommodoren das waren lege tasche speedos dolfindos und schiffidos über die haben jetzt alle gesprochen ich hoffe ich habe geklärt was ihr wollt oder was du willst wenn du einfach froh geholt dann schreibe einfach in die kommentare oder wenn ihr froh gehabt schreibt einfach in die kommentare nein und ihr seht ja hier an dem alten videos selbst schreibe ich antworte ihr müsst halt einfach nur froh gehen wenn ihr nicht froh kann ich euch nicht antworte gut das war es jetzt eigentlich mehr will ich eigentlich gar nicht machen weil ich habe ich ja gar keine richtige zeit für irgendwelche videos und live videos zu machen dazu kam noch dass der große pc wo ich normalerweise stream ja weil ich in schild wäre musste und da ist noch nicht alles viel aufgericht und nicht viel aufgericht da ist noch kein ops drauf da ist noch muss alles noch machen und deswegen habe ich jetzt mal jetzt macbook rausgeholt und habe das mikrofon auch geschlossen extras externe und habe gedacht ich mache jetzt einfach mal so das video so was halt klasse ist beim macbook du kannst halt umstellen und schwupps auch ich ohne in der eck ja also hier seht ihr quasi in meiner lichte drin was ich quasi hier jetzt als kernels in aufführungszeichen originalzustand also blau was sie alles gerade haben dann habe ich hier quasi noch einmal ja die umbauten also so wie ich quasi die kernels gemacht habe und so weiter und schiffen durch schwarz und so weiter die farbe geändert ja das hat man alles gekannt und ich kann ich halt immer noch aber es ist halt nicht mehr so wie früher ich habe da jetzt nur die nötigste gemacht ja und da sieht man 15 41 das ist nur das rom für das laufwerk das ist 40 strecken das kann nur fünf und drei strecken das war der erfahrung von speeders ich glaube 1.0 so war das so zwei drei strecken und das nächste schon drauf hat 40 strecken gehen aber bitte nagell mich nicht fest es ist schon wieder so lange her für mich das glaube ich 40 jahre ja und ich hoffe dass ich dann so viel quark gepappelt habe aber ich denke das grobe habe ich so erklärt und es dürfte eigentlich gewesen sein ich hoffe ich habe die frage beantwortet abodolose ist klar einfach ohne abo die glocke auf alle wenn ich stu eigentlich nicht spämmen weil ich komme ab und zu auf den kanal mache ab und zu video und also es kommt nicht so arg viel also muss nicht verschrecken ich komme nicht jeden tag mit neuen videos also das mache ich bestimmt nicht immer jetzt noch andere wenn ich hier mal wieder alles aufgerissen habe gehen wir mal wieder live und dann gefällt mir glüge trinken ist ganz wichtig kinder seid so lieb glüge gefällt mir ja beim letzten videos war einer dabei dem muss halt nicht gefallen da muss man durch das muss man verstehen aber ich sage immer wenn es dir doch nicht gefallen hat dann guck dir halt was anderes an deswegen muss man ja jetzt ein video nicht schlecht machen also ich würde es zum beispiel beim anderen gar nicht machen das wäre mir viel zu tappisch aber das ist jedem sei sache ich würde mich freuen wenn ihr einen daumen hoch macht so und die abonnement aktiviert es kostet ja nichts ist gratis ich finde das so geil das unten in der eck ziehe ich es selber ja und so entschuldig bleibt mir gesund wir haben ein bisschen familientrauma hier deswegen bin ich jetzt auch nicht so oft da aber das geht eigentlich nichts auch das erzähle ich euch nicht ist halt so wie es ist wenn ich zeit der erne laura wieses vielleicht dann und sagen wir mal so alles wird gut und am ende kackt die ente ich wünsche euch was bleibt mir ordentlich ciao ciao euer 7up ein 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 Vielen Dank.